Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Modern Warfare 2 Wir werden gleich mal fortsetzen und ja die niedrigen FPS sind daher, dass ich im Hintergrund hochladen Das soll uns aber jetzt nicht jucken Hunter 2 1, bitte Luftunterstützung over Hunter 2 1, alle Luftunterstützung ist bereit zum Einsatz Zusätzliche Bodenunterstützung ist auf den Weg zu Ihnen So Wir haben einen fertigen Widerstand getroffen, over Roger Overlord, mehrere feindliche Panzerfahrzeuge gesichtet, drücken zu Fuß vor, over Overlord bestätigt alles, viel Glück, Ende Soll ich uns hier opfern oder was, Feuer einstellen, die BTR nicht angreifen Ja ja Und erst mal hier drüben rein Soll ich hier drauf bei der Abflutstelle, da ist Rettung runtergegangen Die Boden entdeckt, Ramirez, Rauchkarnat am Mainzitz, dann Morgens deckung geben Team, eine Rauchkarnat auf den BTR werfen Deckung im Rauch nutzen, um am BTR vorbei in die Gasse zu gelangen Oh Und boom So Ach, fick dich doch einfach Fick dich doch einfach Lass mal nachladen Tja, sie hat mich hier Lass mal nachladen So Zulie, Zielwand auf Sie Oh. Boah. Das war's für heute. So. 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 Auf jeden Fall. So. 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 Wollen wir mal hier ein bisschen campen? Team, Feuer nach Norden verlagern! An alle, Gegner auf dem Dach, umdrehen! Wir bilden eine Rauchwand im Norden! Roger, Kamalvisie aktivieren, falls vorhanden! Ego, Deckung nahe der CIA-V-Bank! Ziel auf dem Dach, hinter uns! Ziel auf dem Dach, hinter uns! Ziel auf dem Dach von Nate Swift-Strong! Lade nach! Eindringlinge in unserer Tone! Eindringlinge in unserer Tone! Ziel auf dem Dach von Nate Swift-Strong! Roger, Ziel auf dem Dach! Kontakt! Gegner auf unserem Dach, unterhalb unserer Tone! An alle, Gegner auf dem Dach, umdrehen! Lade nach unten! Fick dich! Fick dich! Fände, Nordseite! Roger! Luftdickung! Kontakt in Norden! Team, Kontakte im Norden! Team, Feuer nach Norden verlagern. Sie bilden eine Rauchwand im Norden. Roger, normalvisier aktivieren, falls vorhanden. Dein neues Schutzfeld! Untertitelung des ZDF für funk, 2017